Herzlich willkommen bei Historia Universität. Universalis, dem Geschichtspodcast. Mittlerweile Powered by Cell. Oder irgendwie so. So ganz sind wir da noch nicht hinten dran, was wir hier einblenden. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, die Folge 101, dann wisst ihr, was ich meine. Und darauf möchte ich jetzt auch nur ganz kurz verweisen, weil wir haben heute nochmal eine kleine besondere Folge. Wir haben nämlich wieder einen Gast. Und wir heißt in dem Fall eigentlich nur ich, weil ich bin alleine heute, aber nicht ganz alleine. Nämlich mein liebster Exil-Österreicher ist wieder da. Ja, hallo. Erstmal Glückwunsch, dass ihr aufgekauft wurdet. Das klingt nach quasi Börsengang jetzt für euch. Genau, die Millionen fließen. Ja, schön. Gut, dass ich Aktien schon erstanden habe von Historia Universalis. Jetzt werde ich bald verkaufen. Ja, noch ein bisschen warten, bis die Welle auf dem Höhepunkt des Podcasts nochmal nachgefragt werden. Aber ja, also Ralf ist da, Ralf Grabuschnick von Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ja, hallo. Schön, wieder da zu sein. Ja, ich freue mich. Und für die heutige Folge habe ich mir so ein kleines Thema mitgebracht. Nicht so lang, aber doch irgendwie sehr exotisch, sehr speziell. In den letzten Folgen immer so wieder ein bisschen angeteasert worden, bevor wir jetzt loslegen. Also einerseits, wenn man deinen Podcast hört, was wäre dann zum Beispiel so die letzte Folge, die man da hören könnte? Oder über was redest du denn da? Ja, prinzipiell bei mir ist, ich erscheine alle zwei Wochen mit Déjà-vu-Geschichte und thematisch schränke ich mich da wenig ein. Es geht im Prinzip darum, dass es, ich versuche einen Gegenwartsbezug herzustellen. Irgendetwas, was man heute noch spürt auf irgendeine Form oder zumindest spüren kann. Und ich versuche es halt unterhaltsam und mit ein wenig Augenzwinkern zu vermitteln. In der letzten Folge zum Beispiel, je nachdem wann das bei euch rauskommt, mag das nicht mehr aktuell sein, habe ich mal über die Normannen in Süditalien und auf Sizilien gesprochen. Einfach, weil ich da Anfang Oktober nochmal im Urlaub war und da ein bisschen drüber gestolpert bin. Aber sonst, ja, so ein bisschen ein Hang in die europäische Geschichte. Leider, was wir heute zum Glück ändern, das wird auch bei mir rauskommen. Und ansonsten viel so, ja, vielleicht politische Geschichte in erweiterter Form. Hast du dir den Vespa-Gag gebracht? Nein. Ich habe auch vermieden, über irgendwie blonde oder rothaarige Sizilianer zu sprechen, was dann immer so dieser klassische Hinweis ist, was die Leute immer bringen, wenn man über einen Mann in Süditalien spricht. Oh ja, da läuft man auf der Straße vom Palermo rum und trifft rothaarige, hahaha, Wikinger. Ich habe da versucht, ein paar Sachen aus dem Weg zu gehen. Aber du hast ja schon angeteasert, wir haben heute ein exotisches Thema, wie ich sagte. Bevor wir jetzt loslegen, hast du schon mal was von den, mein Chinesisch ist übrigens schlecht, Chongnu gehört? Perfekte Aussprache? Nee. Falls es dich beruhigt, ich auch nicht. Sehr gut, dann ist die Folge hiermit zu Ende, oder? Tschüss. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Sponsored bei, wer war es wieder? Zell. Zentrum für lebenslanges Lernen. Die haben auf jeden Fall was richtig gemacht. Den Experten eingestellt und der liegt zwar ist. Nee, also die, wie hießen sie? Chongnu? Chongnu. Die Chongnu. Nein, die sagen mir tatsächlich gar nichts. Generell ist ja die Idee, dass ich jetzt hier bin und eigentlich keine Ahnung habe und alle blöden Fragen stelle, die mir einfallen. Das ist so mein Plan für diese Folge, nur dass du Bescheid weißt. Ja, das finde ich super. Gut. Ich beschäftige mich nun ja seit etwas längerer Zeit auch wissenschaftlich mit den Steppenreichen in Asien und dabei sind sie mir über den Weg gelaufen. Sie sind jetzt nicht so ganz meine Zeit, ich bin ja normalerweise eher so Spätmittelalter, frühe Neuzeit rum und die Chongnu sind ein bisschen früher. Aber von den Hunden hast du schon mal was gehört, oder? So, ab und zu mal. Angeblich, ja. Also ich meine, die Hunden, ich lerne immer wieder neue Hunden kennen. Also ich habe vor kurzem, also die Hunden kennt man ja aus Europa, aber es gab ja anscheinend auch irgendwelche Hunden, die in Indien aufgetaucht sind, die wieder ganz andere waren anscheinend. Die wurden nur gleich genannt. Ja, die Hunden sagen mir was. Also wir befinden uns wirklich so weit zurück. Also wir reden jetzt hier Spätantike. Sogar noch ein bisschen früher. Ah ja, okay. Weiß ich Bescheid so grob. Ja, die Hunden, Attila, kennen mich aus. Der Name Attila ist momentan ein bisschen problematisch. Ja, aber wir lassen uns noch nicht von einem veganen Koch einen großen Herrscher zerstören. Also jetzt hör doch mal auf. Ja, also wo die Verbindungen liegen zwischen den Chongnu und den Hunden und welche Rolle da die Han-Chinesen spielen und so etwas, das möchte ich euch heute beantworten. Bin gespannt. Ich auch. China war seit früher Zeit agrarisch aufgebaut und eine Hochkultur. Also China war zur Zeit des Mittelalters ja viel weiter als Europa. Buchdruck, Schießpulver, Schwarzpulver, Papier. So ein paar Kleinigkeiten. Genau. Da war so ein bisschen was an Know-how, das doch mehr war als hier. Aber an den Grenzen, insbesondere im Norden, existierten stets unterschiedliche Königreiche. Und im Norden waren das dann meistens Steppenkönigreiche. Auf türkisch, beziehungsweise mongolisch, also Kaganate oder Karnate. Oder Karnate. Dieses K-H-H-A. Das mongolische Reich von Chinggis Khan haben wir, denke ich, ja schon ein paar Mal kennenlernen dürfen bei uns im Podcast, bei dir. Ich glaube, du hast noch keine Folge zu den Mongolen gemacht. Du hast über Tamerlan. Tamerlan, der ja zumindest laut Abstammung, mongolische Abstammung ist. Wobei die Kommentarspalte meines YouTube-Kanals anderes behaupten würde. Da sind einige türkische Nationalisten unterwegs. Oh ja. Der Stamm der Balas war ein mongolischer Stamm, aus dem er stammte, die nur türkisiert waren. Also haben im Grunde genommen beide recht. Sehr komplex. Aber ja, über die Mongolen an sich habe ich noch nicht gesprochen. Auch über Chinggis Khan. Nicht so wirklich, nee. Ja, China entwickelte dann relativ früh auch eine eigene Steppenpolitik, die die Gefahr irgendwie bannen sollte oder zumindest beschränken sollte. In was für einer zeitlichen Einordnung? Vor Christi schon. Also da haben die schon angefangen, eine Politik auch zu entwickeln in Richtung Norden, wie man sich da schützen kann. Verständnisfrage. China damals, da sprechen wir eigentlich so das Gebiet entlang der Küste wahrscheinlich. Die Wüste hinten noch nicht. Das war noch kein China. Da war noch Wüste. Da lebten zu dieser Zeit wenig Menschen und noch nicht wirklich organisierte Reiche. Okay, ja. Diese Steppenkrieger fielen ja dann blündernd in China ein und nahmen extrem viel Reichtum weg und stellten eine dauerhafte Gefahr dar. Und ein berühmtes oder das berühmteste Beispiel als Abwehr dieser Nomadenkämpfer war ja die chinesische Mauer oder ist die chinesische Mauer. Wann wurde die gebaut ursprünglich oder wann ist die begonnen worden? Im siebten Jahrhundert vor Christi. Nee, wirklich? Krass. Okay. Also begonnen. Also die wird ja immer wieder ausgebaut, erneuert, verlegt und sowas, aber im Grunde genommen begonnen im siebten Jahrhundert vor Christi. Aber sie ist nicht aus dem All sichtbar, dieser Myth, dass man die aus dem All sehen könnte. Lang genug ist sie, aber dick genug halt nicht. Ja, ich glaube, das ist generell ein Mythos. Es wird ja über sehr viele Sachen behauptet und ich glaube, dass man, gibt es irgendeine Man-Made-Structure, wie sagt man das auf Deutsch, die man vom All wirklich sieht? Ich glaube, das ist alles ein Mythos, oder? Da bin ich jetzt überfragt. Ich überlege gerade, was groß genug sein könnte. Also Stätze könnte man aus dem All sehen, aber das sind ja ganz, ganz viele. Man hat das auch irgendwie so einen Pentagon oder so, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir sind heute vor Christi und so, als er den Zeitraum angeteasert hat. Und jetzt kann ich mal sagen, wann wir uns genau befinden. Und zwar in der Zeit der Qin-Dynastie. Also etwa 220 vor Christus. Kannst du mit dem Qin etwas anfangen? Ja, ich weiß. Also die waren, glaube ich, so die nächsten 400 Jahre lang ungefähr da so in der Macht. Nee, die waren relativ kurz in der Macht. Ach, dann bin ich da komplett daneben. Ich dachte, da war diese eine Dynastie, die so um Christi Geburt plus minus 200 Jahre war. Aber dann bin ich schon wieder komplett daneben. Das müsste dann die Han-Dynastie sein. Ach, das war dann die Han-Dynastie. Nee, dann ... Genau, die waren so 200, also jeweils 200 Jahre vor und nach Christus. Das war deren Zeitraum. Ah, okay, die hatte ich jetzt im Kopf. Die Qin-Dynastie war nur 221 bis 207 vor Christus. Also relativ kurz. Der Herrscher ist aber sehr berühmt. Das ist nämlich Qin Shi Shuang-Di. Das ist der erste große Kaiser. In der chinesischen Geschichte. Genau, der aus der Zeit der Streitenreiche hervorgeht dann. Ich weiß nicht, beschäftigst du dich auch ein bisschen mit Computerspielen? Nee, gar nicht. Dann für die Leute, die sich vielleicht mit Civilization ein bisschen beschäftigen, das ist immer der Charakter, der für China in Civilization steht. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, es geht sicher um Civilization, aber ich habe das selbst noch nie gespielt. Qin Shi ... Das ist der Name. Shi Wang Ji. Du bemüß dich. Ich probiere es gar nicht. Das ist ... Aber Qin ist ... Deswegen heißt China heute China, wegen den Qin. Ah, das hast du aber in der ersten Jubiläumsfolge erwähnt. Genau. Da habe ich das jetzt ... Stimmt, ja. Weil ich weiß ja, dass danach die Han-Dynastie ja quasi namensgebend für die Ethnie oder wie auch immer man sagt. Der Han-Chinesen. Der Han-Chinesen dann quasi war. Ah, okay, ja. Also wir sind jetzt wirklich in so einer Zeit, in der ein gewisses Verständnis von China so als Staat und Gesellschaft, in unserem heutigen Verständnis so fast gebildet wird eigentlich. Ja, der Begriff wurde übernommen für diese Gegend dort als Qin. Ja, aber interessant, weil man ja hier dann davon ... Dass diese alles aus chinesischen Quellen tatsächlich zu einem Teil dann auch belegt, nehme ich mal an. Ja. Was ja immer sehr schön ist, weil wenn man über Europa spricht, gerade dann so, wenn man jetzt wieder bei den Hunden landet, in der Zeit, man so oft eigentlich nur von Fremdbeschreibungen ausgeht. Und da einmal, oder gerade wenn man über den asiatischen Raum außerhalb Chinas spricht, auch sehr oft, dass man da einmal sich mehr oder weniger auch darauf verlassen kann, dass das eine Selbstbezeichnung war und nicht nur von außen irgendwie so drüber gestülpt wurde. Also ist schon mal was. Auf jeden Fall dieser erste Kaiser, Qin Shihanji, neben dem, dass er das Kaiserreich erstmal begründete, ließ er die große Mauer erneuern im Norden und alle Lücken schließen. Aber warum tat er das? Wartete dort eine Gefahr? Ich würde davon ausgehen. Wahrscheinlich war das immer so, aber da wohl wieder mehr als sonst. Schätze ich jetzt mal. Ja, das ist richtig. Nördlich der Mauer hatten sich im Ordos-Gebiet, das ist einfach eine Region nördlich der Mauer, eine Gruppe verschiedener Stämme zusammengeschlossen. Und dieser Zusammenschluss, der erstmals 215 v. Chr. in chinesischen Quellen belegt ist, wurde von den Qin und später den Han als Qiongnu bezeichnet. Das sind wir jetzt. Okay. Die Qin planten nun, die Qiongnu zu vertreiben, damit diese nun keine Gefahr mehr an der Grenze darstellen können, weil so dauernd blündernde Krieger ins eigene Reich. Man kann mal die Römer fragen, das läuft oft lange Zeit nicht gut. Das mit den Föderaten ist auch nicht so geil. Doch der Sohn des herrschenden Chiongnu, Shanyu, das war die chinesische Bezeichnung für den Herrscher, möglicherweise eine Form von später Han, also Hanu, Shanyu. Ah, ja. Das leuchtet mir ein. Es könnte die erste Form von Han sein, die überliefert ist, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall dieser Chiongnu, Shanyu ließ dann seinen Vater ermorden und übernahm selber die Macht. Sein Name soll Maodun gewesen sein und er einte die Chiongnu, mehr oder weniger freiwillig, dann auch weitere Stämme und führte die Familien der südnischen Mongolei als Stammesföderation zusammen. Also das ist jetzt nicht ein Stamm, der das macht, sondern das ist eine Stammesföderation. Was ja nicht unüblich ist, oder? Steppenvölker ist ein alter Begriff, aber weißt du, was ich meine? Ja, das waren ja immer Föderationen, also auch die Mongolen später war ja nichts anderes. Du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen mit dieser Quellenarmut, weil wir jetzt über die Chinesen eigene Quellen haben und über die Hunden zum Beispiel nicht. Über die Chiongnu halt auch nichts, außer von den Chinesen. Also das ist sehr ähnlich spiegelbildartig wie die Germanen in Europa halt dann, wo man immer nur Tacitus liest. Und das ist halt so eine extreme Einschränkung ist, wenn man eine Quelle von außen hat, die halt aus einem gewissen Grund etwas niederschreibt. Aber dieser Grund ist sehr selten eine mehr oder weniger neutrale Betrachtung, sondern hat halt immer einen anderen Zweck. Das dürfte dort ganz ähnlich sein, oder? Absolut. Und deswegen können wir über viele Dinge auch nur spekulieren. Zum Beispiel, was die ethnische Angehörigkeit dieser Chiongnu angeht. Das können Mongolen gewesen sein, zu der Zeit aber auch noch sehr gut Türken und vielleicht sogar Iraner. Du hattest ja schon mal die iranischen Hunden angesprochen. Das wird nachher nämlich tatsächlich nochmal wichtig. Also Vermutung gibt es viele, Antworten leider weniger. Aber ich werde dann gleich noch auf ein paar Anhaltspunkte eingehen. Aber erstmal zurück zu den Chin. Die hatten es ja nicht geschafft, die Chiongnu zu vertreiben. Eigentlich hat es kein chinesischer Kaiser geschafft, die Nomaden zu vertreiben. Eher haben es die Nomaden hinbekommen, China zu erobern. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Das ist dann die Yuan oder Yuan oder wie auch immer. Ja. Dynastien, ja. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es gibt schon vorher Steppen, Dynastien. Ist es nicht die erste? Gut. Aber die Chin werden dann ja bald, wie du schon sagtest, durch die Han vertrieben. Und die Han wiederum machten sich dann 201 vor Christus auf den Weg in Richtung Norden, um die Chiongnu dann zu besiegen. Also mal wieder den Plan. Doch, bevor sie im Norden ankamen, hatten sie schon hohe Verluste durch das Wetter erlitten. Also wenn man sich Chin auf der Karte ein bisschen anschaut, erschreckt sich ja so ein Steppengürtel oder so ein Wüstengürtel von Wüstegobi so in einem leichten Halbbogen nach oben. Also dann nach Nordchina. Und da mussten sie durch, zu den Chiongnu, die ja in der Mongolei lebten. Das ist keine so angenehme Gegend, was das Wetter angeht. Die Chiongnu tauchten, tauschten, tauchten, äh, täuchten dann einen Rückzug vor. Das ist eine sehr beliebte Taktik bei Reiterkriegern. Ich wollte gerade sagen, das ist mit einem Heer, das nur aus Kavallerie besteht, wahrscheinlich recht gewinnbringend, ja. Das machten auch später dann die Mongolen oder die timuridischen Truppen, obwohl die ein bisschen weniger, und lockten die Chinesen so in einen Hinterhalt. Der Kaiser entging der Gefangennahme nur knapp, aber sein Heer wurde geschlagen. Im Anschluss an diese Niederlage wurde dann die sogenannten Hekin-Verträge geschlossen, zwischen den Chiongnu und den Han. In diesen Verträgen wurden vier wichtige Punkte festgehalten. China liefert festgelegte Mengen an Seide, Wein, Getreide und andere Lebensmitteln an die Chiongnu. Der Shan Yu erhielt eine Han-Prozessin zur Frau. Han und Chiongnu waren gleichberechtigt. Und die große Mauer war die Grenze zwischen den beiden Reichen. Das klingt jetzt ja, vielleicht mit Ausnahme der Ehefrau, fast schon modern. Es ist ja fast ein Friedensvertrag, wie man ihn vor 100 Jahren noch gemacht hätte. Es ist halt auch interessant, dass es schon sowas gibt, wie ein Verständnis von Territorialreichen. Das ist dir die Grenze. Ja, ich weiß nicht, korrigiere mich. Aber ich schätze mal, als Territorial hat man das ja wahrscheinlich nicht verstanden. Das war ja nicht impliziert, dass alles vor der Mauer jetzt zum chinesischen Kaiserreich gehört hat, alles dahinter dann eben nicht. Aber ich schätze mal, dass halt das so diese Ultima, wie sagt man dann, die letzte Grenze wäre. Und sie dürfen die nicht überschreiten und schon gar nicht mit Truppen. So war das wahrscheinlich zu verstehen, oder? Natürlich, das geht schon mehr in die Richtung, da hast du absolut recht. Aber trotzdem gibt es ein Verständnis von Raum. Das ist ganz interessant. Also wenn man jetzt aus unserer moderne Sicht auf diese alte Zeit schaut und häufig dann Grenzen zieht auf Karten, das ist natürlich sehr fiktiv alles, weil Herrschaft damals eine ganz andere Form hatte in vielen Gebieten. Aber trotzdem finde ich es halt aussagekräftig, dass man sagt, da ist eine Mauer, das ist eine Grenze. Nördlich davon sind wir, südlich davon seid ihr. Also es ist zu dieser Zeit schon nicht alltäglich, dass man so etwas findet. Ja, es ist schon früh, ja. Gut, in Europa hat man das ja natürlich dann recht klassisch unter den Römern mit dem Limes und dem Harianswall und so. Aber das ist ja alles plus minus 400 Jahre später, stimmt schon. Ja, und auch gerade bei Steppenvölker oder Steppenreiche kann man schweren Grenzen fassen, weil die wandern. Naja, nicht nur die Krieger, sondern natürlich auch, weil die gesamte Gesellschaft ja oft auf quasi Hirten ausgerichtet ist. Also die ja auch mit großen Herden dann umherziehen. Also die kennen das Prinzip eigentlich nicht. Und das kennen auch die Mongolen nicht wirklich. Ich habe jetzt einen ganz prominenten Fall, dass zum Beispiel nur 1500, 1501, die Goldene Horde, wandert von Moskau nach Litauen, zu Krim, ans Kaspische Meer, wo sie halt gerade sind. Und treten dabei halt immer wieder in andere Staatsgebilde ein, die sich ja in europäischer Tradition schon zumindest etwas verfestigen. Noch nicht wirklich klassische Grenzen haben, aber es ist schon so, dass sie das wahrnehmen. Ihr taucht ja jetzt in unser Gebiet ein. Klar, weil zumindest der lokale Herzog, Graf, was auch immer, ein gewisses Land als seines ansieht und der wiederum ja verbunden ist mit irgendeinem König. Klar, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Gut, aber kehren wir mal zurück in unsere Zeit jetzt und zu diesem Abkommen. Das war aber nur zwischen dem Shenzhou und dem Han ausgehandelt worden. Problem? Und mit, wer bleibt übrig? Die ganzen kleinen weiteren Stämmer. Ach so, das war nicht die gesamte Föderation, war damit umfasst. Oh je, das ist ein blöder Fehler. Absolut, weil die überfielen China weiter in den nächsten Jahren. Ohne sich aus der Föderation mit den Shenzhou zu lösen. Also die haben einfach nur gesagt, ja, okay, betrifft uns nicht. Genau. Okay, blöd. Dann wurden irgendwann feste Grenzmärkte eingerichtet von den Chinesen, auf denen die Stämme dann handeln konnten und tauschen. Also Steppenprodukte gegen agrarische Produkte zum Beispiel. Und das konnte die Situation etwas beruhigen. Etwas, ja, also den Frieden etwas einkehren lassen. Die Shenzhou planten aber wahrscheinlich auch nie nach China selbst auszugreifen, wie es dann später die Mongolen taten. Also sie wollten nie eine Dynastie auf den chinesischen Thron bringen. Haben das später die Mongolen oder andere Steppenkaiser so gezielt geplant? Oder war das auch schon? Okay. War nicht einfach nur ein Ergebnis von Raubzügen, die halt irgendwann so, wir könnten ja, sondern das war schon. Das war geplant. Okay. So sollten Xiongnu und China einige Jahre nebeneinander existieren. Die Zeit war geprägt von Handel und Austausch. Doch Han Wudi, der von 141 bis 87 v. Chr. herrschte, ging wieder auf Konfrontationskurs mit den Xiongnu. Zuerst ließ er die Grenzmau erneuern und neu besetzen, die Grenzmärkte schließen und vorgelagerte Festungen bauen. Die Xiongnu wischen daraufhin auf die nördliche Seite der Wüste Gobi zurück. Also noch weiter in Richtung Norden. In Richtung Sibirien dann ja eigentlich. Ja, genau. War schon, oder? Ja, mehr oder weniger. Doch diese Vorstoße von China, also die vorgelagerten Festungen zu bauen und das Gebiet zu besetzen, kostete einiges an Ressourcen. Weshalb nach Han Wudis Tod das Kaiserreich auch immer wieder in die Defensive gedrängt werden konnte. Also es war nicht von langer Dauer, dass sie weiter nach Norden ausgreifen konnten. Und es war einfach zu teuer, weil man über die Wüste Gobi rüber musste, über die Steppengürtel rüber musste und das einfach eine sehr große logistische Aufgabe war. Die chinesische Armee war ausgezehrt und nicht mehr in der Lage, sich militärisch in den Steppen gegen die Xiongnu zu wehren oder zu bestehen. Daraufhin versuchte es man wieder mit den Verhandlungen, aber hatte keinen Erfolg mehr damit. Also im Sinne von, dass die Xiongnu nicht mehr wollten? Ja, Position der Stärke wahrscheinlich, so wahrgenommen zumindest. Aber China hatte Glück. Es kam nämlich in der Föderation zu einem Nachfolgekrieg. Der erste nach anderthalb Jahrhunderten, was für eine Steppenföderation sehr lange ist. Also es war sehr lange sehr stabil dort, die Herrschaft, oder scheinbar. Also für die Chinesen, in der Wahrnehmung von den Chinesen war die Herrschaft bei den Xiongnu sehr stabil. Durch diese innere Streitigkeiten, Familienstreitigkeiten, Nachfolgestreitigkeiten gelang es der Han-Dynastie, eine, ja, wie kann man sagen, abhängige Dynastie auf den Thron zu setzen. Eine gefolgsame. Also sie kontrollierten jetzt den Thron der Xiongnu. Als Folge spaltete sich aber das Reich in zwei Teile. Der nördliche Unabhängige und der südliche in Abhängigkeit zu China. Weil die dann doch verstanden haben, dass der König, der Herrscher, abhängig war von China und dann spaltete sich das Reich. Und wir befinden uns übrigens jetzt ungefähr um das Jahr 46 nach Christus. Wir sind also schon über die Epochen, über die Zeitengrenze hinweg. Der nördliche Teil wurde aber alsbald von einer anderen nomadischen Gruppe besiegt. Chen Bei. Über diese Föderation ist übrigens noch weniger bekannt als über die Xiongnu. Wilde Spekulationen waren die türkstämmig. Dann würde das Bei erklären. Ah, wegen dem Beck, ja, ja. Dass das damals schon der alte Adelstitel war. Aber keine Ahnung. Also, man weiß so gut nichts über diese Föderation. Ich habe mich so nicht weiter mit denen beschäftigt, weil das dann doch sehr viel Zusammenklauberei von Quellen ist, die man dann, wenn man irgendwie ein Bild versucht, dann müsste ich mich nochmal einarbeiten. Aber das ist noch viel mehr Arbeit als in Xiongnu. Noch düsterer. Ja, aber es handelt sich wahrscheinlich um eine ähnliche Föderation verschiedener Stämme und dementsprechend auch nicht unbedingt eine ethnische Einheit. Die südlichen Xiongnu sollten nun für die Xi'anbei kämpfen, getreu dem Motto Barbaren kämpfen gegen Barbaren. Also für die Han kämpften sie gegen die Xi'anbei. Also Xiongnu kämpften mit den Chinesen gegen die Xi'anbei. So dann die Grenze sichern. Das wäre das wieder der Vergleich zu der römischen Geschichte mit den Föderaten, die angesiedelt werden, den germanischen. Da Ende des ersten Jahrhunderts die innere Ordnung Chinas aber erneut zu bröckeln begann, ist dann auch das Dunkel der Xiongnu zunehmend im Dunkeln. Also es gibt immer weniger Quellen ab dem ersten Jahrhundert und weniger Quellen, auch weniger Quellen über die Xiongnu. Ah ja, weil die Han-Dynastie langsam zu Ende ging. Ja. Aber sie sind noch bis ins vierte Jahrhundert hinein nachweisbar, was ihre Herrschaft zum längsten existierenden Steppenreich der Geschichte machen würde. Jetzt eine ganz blöde Frage. Ich weiß wahrscheinlich, entweder ich greife voraus oder du weißt es nicht, weil es einfach nichts gibt. Scheinen die zum Beispiel in persischen Quellen auf? Weil jetzt sind wir in einer Zeit, wo es viel Schriftlichkeit in Persien gab. Und das wäre dann so auf der anderen Seite dieses Wüstengürtels de facto. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Komme ich gleich zu. Okay, gut. Ne, das ist genau richtig, weil so kann man die vielleicht eine Verbindung eben zu den Hunden ziehen. Aber gleich. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit, um wen es sich überhaupt dabei handelt. Ethnisch, religiös, dynastisch. Ob das so eine Sammelbezeichnung war, heißt das vielleicht einfach auf altchinesisch Barbaren. Dann waren es halt die Barbaren da im Norden. Vielleicht waren es ganz viele Reiche. Das kann man eben nicht sagen. Ja, die Unterscheidung ist ja extrem schwierig auch und gerade von außen. Also das gibt es auch in der europäischen frühmittelalterlichen Geschichte, dass in Quellen, nicht gerade in ganz zeitgenössischen, aber teilweise halt kurz danach, Avaren und Ungarn verwechselt wurden und solche Dinge. Sküten. Sküten war alles, was östlich des Schwarzen Meers war. Ja. Aber dann so, ja und ich glaube einfach, dass das Problem dann ja ist, dass bei Außendarstellungen, und darum handelt es sich ja auch bei den chinesischen Darstellungen hier, es halt einfach an Detailwissen auch mangelt, wer denn da jetzt wirklich das Sagen hat erstens, wer wem untersteht, wo die jetzt wiederum herkommen und wie die sich selbst sehen. Und dass da irgendwie, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen über etwas sprechen, die haben halt dann irgendeinen Begriff und gleichzeitig sprechen von mir jetzt auch die Perser über etwas, haben auch irgendeinen Begriff. Aber dann jetzt zu sagen, ja das sind sicher die gleichen, wo halt zur selben Zeit zig andere ähnliche Gruppierungen rumliefen, wird immer schwierig bleiben. Ja. Weil halt einfach das so oberflächliche Beschreibungen waren. Das sind, ah das sind die auf dem Pferden, Punkt, ja. Das sind halt schon ein paar, ne. Ja. 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 Also, deswegen ist das schwierig zu sagen. Wir haben aber jetzt noch ein anderes Datum, was wir jetzt als wichtiges festlegen können. 311 nach Christus. Zu diesem Zeitpunkt eroberte nämlich ein Xiong-Nu-Fürst mit dem Namen Luoyang China und eroberte und gründete so die erste, in Anführungszeichen, fremde Dynastie Chinas, die Xiao. Also, weil du nachfragtest, ob die Yuan die Ersten seien. Das waren sie nämlich nicht. Okay, also eigentlich ja auch relativ, ne, relativ nah an den Han dran, so 100 Jahre später, das war dann schon das erste Mal. Okay, ja. Sie sollten zwar die Ersten sein, aber nicht die Letzten, weil es passierte noch häufiger, dass Steppenkämpfe aus dem Norden kamen, um die Herrschaft zu übernehmen. Seien es die Yuan oder die Chin später dann, die ja dann auch Jurschen waren. Aber jetzt kommen wir dann doch zu einem etwas anderen Thema, nämlich, was hast du gerade schon angeteasert? Wir begeben uns weiter nach Westen. Und es wurde ein Brief eines soktischen Kaufmanns gefunden. Weißt du, wo Soktien liegt? Soktien? Ne, das sagt mir gar nichts. Wenn ich komplett ins Blaue rate, dann sage ich, es liegt im heutigen Usbekistan. Das ist absolut perfekt. Yes! Wirklich? Soktien ist der alte Begriff für Usbekistan, Iran, Afghanistan dort, also hauptsächlich um Samarkandrum. Ja, das hätte ich jetzt so gedacht, da ging viel, da um den Oxus oder wie hieß dieser Fluss, da in der Gegend. Genau. Soktien. Okay. Es war die alte Bezeichnung dafür, bevor dann die Perser dahin ausgriffen. Und auch danach, wenn die Griechen kommen, oder die Mazedonier, die Makedonier. Ja, und der verlorene Stamm Israels nicht zu vergessen. Du meinst die Hassan? Hießen sie so? Es hieß ja irgendwie, es gibt ja diese blöde Legende, die durch nichts bestätigt ist, dass der 13. Stamm Israels oder so da dort hinten gesiedelt hätte und darauf wartet, zurückzukommen. Das meine ich nicht. Es gibt ja dieses Steppenreich der Hassanen, die dann jüdisch werden. Achso, ja, die sind aber am Kaukasus. Genau, die sind am Kaukasus. Ja, ja. Das ist ja auch, da habe ich auch mal einen Blog drüber geschrieben, das ist ja auch so ein Mythos. Ganz schöne Geschichte eigentlich, aber ja, auch nicht so ganz viel dran. So, oberflächlich schon. Die Elize war halt jüdisch. Genau, ja. Und das wird aber dann ja auch so, da gibt es ja so eine Legende, dass dann die Leute eingeladen wurden und der hat dann eben den jüdischen Rabbi gefragt. Warum denn das die beste Religion ist? Und er hat den Imam gefragt, warum das die beste Religion ist? Und das dürfte so halt nie stattgefunden haben. Aber ja, trotzdem eine bemerkenswerte Geschichte. Auf jeden Fall berichtet dieser Brief uns von der Eroberung von China von den Jiangnu. Und er nennt auch eine dafür verantwortliche Gruppe. Und wir haben ja dort eine, ja, semitische Schrift, weiß nicht, ob das das Richtige ist. Also, nee, das ist die Sprache. Auf jeden Fall die Art und Weise von Schrift, die heute auch noch die Araber und Perser verwenden. Also, eine relative Konsonantenschrift. Also, dass die Vokale, wenn sie nicht gerade lang sind, weggelassen werden. Was jedem Studenten des Arabischen in den Wahn treibt, was ich höre. Es geht. Also, es ist auf der einen Seite Fluch, weil man halt viel raten muss. Auf der anderen Seite ist es halt sehr angenehm, weil man halt ganz viele Wörter erkennen kann, ohne dass man sie kennt. Und, also, alles, was mit Schreiben zu tun hat, ist KTB. Also, Kitabt, das Buch. Yaktabu ist Schreiben. Der Schreiber wird auch noch was in die Richtung sein. Also, KTB. Und man weiß, es hat irgendwas mit Schreiben zu tun. Ah, das ist ja okay. Ja, gut. Und es gibt ja jetzt so eine Hilfsschrift, ne, für Anfänger, wo man mit so Häckchen sich behelfen kann. Die diakritischen Zeichen, ja. Die diakritischen Zeichen, ja. Die diakritischen Zeichen, ja. Genau. Der Koran ist so geschrieben. Also, damit man halt sicher weiß, was die Wörter heißen, sind sie mit den Bokalzeichen. Dass auch jeder letzte Berber es lesen kann. Ja, ja, ja. Huh. Leute, huh. Wir kriegen dafür immer Flagg ab, wenn wir sowas sagen. Wirklich? Von den Berbern? Nee, von, egal. Wir sind islamfeindlich. Oh, wirklich? Aber gut, ihr seid ja auch quasi Nazis. Das habe ich ja schon öfter gehört. Also, deswegen macht Karol so oft die Nazi-Stimme. Genau. Aber ich meine, nee, ich mache keinen Sachsen-Bashing. Machen wir weiter. Das machen wir schon, keine Angst. Auf jeden Fall findet sich dafür eine verantwortliche Gruppe oder wird genannt. Und die wird geschrieben mit, ja, ich sage jetzt mal X oder H, W oder U und N. Ah, das sind sie, die Hunnen. Ja. Hun. Hun. Wir sind in welchem Jahr? Ähm, vierten nachchristlichen Jahrhundert. Ja, das passt mit den europäischen Erwartungen eigentlich zusammen, ne? Das ist diese Eroberung Chinas durch den Xiongnu-Fürsten Luoyang. Deswegen dieses Datum 311 nach Christus. Also frühes für das Jahrhundert. Ja, passt doch zu den Hunnen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du mich. Jetzt, jetzt, jetzt. Nicht spätestens jetzt. Jetzt bin ich gebangen. Das muss ich dir aber dann leider wieder enttäuschen, weil wir bleiben erstmal in China und gehen nicht nach Europa. Ja, ist auch besser so. Wir wollen ja was Neues lernen. Wir haben ja diese Xiao-Dynastie. Die sitzt da jetzt auf dem Thron. Was passiert denn mit denen? Ich schätze mal, die waren recht kurzlebig. Ja, 349, dann fanden sie ihr schnelles Ende. Und damit auch die Xiongnu, die in China damit verschwinden. Die Qianbei übernehmen die Macht. Also ab da treten auch die Qianbei mehr in den Fokus. Die übernehmen die Macht in China? In China. Ah, tatsächlich. Okay. Sie entwickeln dann ein doppeltes System, das auf ihre Lebensweise besser angepasst war. Also es gibt eine Ebene für die sesshafte chinesische Bevölkerung und eine für die nomadische Bevölkerung. Diese Gruppen konnten dann zum Austausch von Waren in Kontakt treten. Aber die nomadische sollte nicht plötzlich die Aufgaben von sesshafter Bevölkerung übernehmen. Und andersrum. Also eine strikte Trennung zwischen den beiden Gruppen. Und auf diesem System bauten auch spätere nomadische Eroberer auf. Also seien es dann die Mongolen unter Chinggis Khan oder beziehungsweise seinen Söhnen und die Yoshen dann mit der Qing-Dynastie. Also wir können sagen, das blieb in irgendeiner Form, also sicher nicht unverändert, aber das Jahrtausende oder über tausend Jahre. Ja. Krass. Aber ich habe dir ja die Verbindung zu den Hunden versprochen. Und jetzt, wo die Xiongnu in China verschwinden, gehen wir dann da doch mal nach Europa. Und die Hunden tauchen ja etwa um das Jahr 1370 n. Chr. in den europäischen Quellen auf. Und lange wurde über die Herkunft der Hunden gerätselt. Zuerst wurde natürlich versucht, eine ethnisch-linguistische Identität der Hunden zu finden, was nicht funktioniert hat. Weil es wieder, wir haben es gelernt, es wohl eine Föderation war, ne? Das auf jeden Fall. Und mach mal eine linguistische Identität, wenn du eigentlich keine Quellen hast, außer wenn die Römer oder die Griechen etwas schreiben. Ja, natürlich. Das ist schwierig. Genau. Also wie du sagtest, möglicherweise waren auch die Hunden eine Föderation. Das ist ja dann doch sehr häufig in der Steppenkrieger-Geschichte. Also gar keine Verwunderung. Nach der Eroberung von Luoyang 300, äh 300, das ist immer dieses 1300, 311 soll auch eine Gruppe der Xiongnu, möglicherweise die in dem Brief erwähnten Hun, in Richtung Westen gezogen sein. Ein Teil nach Transoxianien, also nach Usbekistan. Das ist ja, ja. Und ein anderer Teil in Richtung Don und Volga. Hm, würde passen, ne? Ja. In Transoxianien müssen sie dann auf die Sassaniden gestoßen sein. Und tatsächlich lässt sich ab etwa der Mitte des 4. Jahrhunderts eine zugewanderte nomadische Gruppe erkennen, die in verschiedenen Gruppen als Honiten auftritt, beziehungsweise Honiten. Möglicherweise steht hier eine etymologische Verbindung zu dem Begriff Hunnen. Honiten, ich bin kein Linguist. Das sind wir jetzt in persischen Quellen der Sassaniden quasi. Okay, ja. 359 finden sich die Honiten als Verbündete Schapurs bei der Belagerung von Almida in Kleinasien. Und 370 konnten sie sogar in Samarkand die Macht übernehmen. Das heißt, sie haben für die persische Seite in den Kriegen gegen Ostrom teilgenommen, auch schon. Honiten, Honiten. Kommt darauf an, wie man sie jetzt ausspricht. Und auf diese folgen dann die Kadariten, die Kidariten, die uns jetzt erstmal weniger interessieren. Aber die Nachfolger von den Kidariten waren die Heftaliten oder Heftaliten. Und die wiederum werden in den griechischen Quellen als weiße Hunden bezeichnet. Aha. Warum werden sie das denn jetzt plötzlich? Ja, ich bin da vollkommen überfragt, Elias. Sag's mir. Ich auch. Die Forschung auch. Es ist immer eine Enttäuschung, wenn man über diese spätantike Frühmittelalter oder gerade noch so Räume spricht. Es wurde bisher keine Verbindung zu den eigentlichen Hunden festgestellt, weshalb es heute fraglich ist, warum dieser Name überhaupt verwendet wurde. Wahrscheinlich so eine, oder wieder eine schlimme Mutmaßung, aber könnte so ein verallgemeinerndes Ding gewesen sein. Im Griechischen dann in dem Fall vielleicht. Dass man halt dazu übergegangen ist, alle Reitervölker Hunden zu nennen, zu dem Zeitpunkt, wo Hunden gerade so bekannt und relevant waren. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben im Griechischen jetzt ja nicht was komplett Neues. Die haben das Wort Barbar erfunden für so ziemlich jeden, der nicht Griechisch spricht. Und Sküten für jeden, der auf dem Pferd sitzt. Genau, ja. Und jetzt waren halt dann vielleicht die Sküten dann zwischenzeitlich mal Hunden. Könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht so viel zu bedeuten hat. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber wenden wir unseren Blick mal nach Europa, beziehungsweise besser gesagt Osteuropa. Neuerdings wird eben vermutet, dass es sich bei den Hunden, die seit 375 in Europa vortrangen, um Teile der Föderation der Xiongnu handelte. Wahrscheinlich ist es, dass ein Teil der nördlichen Xiongnu auf Wanderung gegangen waren und dann verschwinden sie seit dem zweiten Jahrhundert aus den Quellen nachchristlichen. Das sind die, die quasi sich abgewandt haben, nachdem die südlichen mit China in diesen Pakt eingetreten sind. Also quasi federaten wurden. Okay. Oder ist die andere Möglichkeit, es war die erwähnte Gruppe, die nach der Übernahme der Herrschaft durch Luoyang dann China verließen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und dann sind halt einfach einige Jahre, Jahrzehnte oder mehr, wo wir nichts wissen, einfach weil keine uns bekannte schriftliche Gesellschaft nah genug dran war, um es zu sehen. Im Endeffekt. Genau. Ja. Den Höhepunkt erlebten die Hunden dann im fünften Jahrhundert unter Attila. Jetzt haben wir ihn. Ja. Ätzel. So hieß er doch in den Nibelungen noch, oder? Mit den Nibelungen habe ich mich bisher wenig beschäftigt. Also da glaube ich, bist du der bessere Experte. Ich glaube ja. Aber unter ihm sind sie auf jeden Fall bis auf die panonische Ebene vorgedrungen. Hat Attila sie nicht erst auf der panonischen Ebene vereint? Sind sie nicht schon da? Oh, das ist sogar möglich, ja. Auf jeden Fall hat er seine Hauptstadt, das ist ein sehr falscher Begriff, aber sein Hauptstandort war irgendwo da, so im heutigen Ungarn. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Aber auch er herrschte nie über alle Hunden, sondern nur über einen Teil. Und nach ihm verfielen die Hunden auch wieder und die Ethnie wurde langsam durch andere Ethnien aufgenommen, wenn es denn eine Ethnie war. Also irgendwann finden sich einfach keine Hunde mehr, ohne dass die Hunden besiegt worden sind oder abgewandert sind. Irgendwann sind es halt Awaren, Magiaren, Bulgaren, Sküten. Ja gut, klar, das ist halt diese, ich glaube, das ist halt ein generelles Problem, dass wir in der westlichen Wissenschaft, aber auch in der westlich geprägten Wahrnehmung haben, seit zumindest im 19. Jahrhundert, dass wir immer, wenn wir über solche Stammesgesellschaften sprechen oder über solche Föderationen sogar sprechen, dass wir immer erstens ethnisch aufgeladene Begriffe verwenden und dann zweitens halt in unserem Hinterkopf, in unserem nationalisierten Hirn, das halt hier seit 200 Jahren quasi so als Standard uns eingetrichtert wird, immer davon ausgehen, ja, wenn wir so einen Begriff haben, dann ist es auch ein Volk, um jetzt diesen ganz schlimmen Begriff zu nehmen. Ja. Und man merkt halt immer wieder, dass das schließend ergreifend nicht stimmt und dass natürlich die Hunden, wenn wir jetzt die Menschen als Individuen oder auch als kleinere Gruppen sehen, natürlich nicht verschwunden sind. Die haben sich halt anders arrangiert. Und jetzt nennen wir sie plötzlich, weiß ich nicht, Goktürken oder wir nennen sie Bulgaren oder wir nennen sie, ich weiß nicht was, aber das sind ja immer noch die gleichen Leute. Die haben wahrscheinlich nicht viel verändert in ihrem Leben und auch nicht eine Veränderung wahrgenommen für sich. Also sehr schwierig. Aber sie lassen sich auf jeden Fall nicht mehr den Quellen nachweisen. Darum geht es hauptsächlich. Also der Begriff, der der Hund, verschwindet langsam. Und das ist die einzige Quelle, die wir haben, weil Skeletten sieht man jetzt nicht an, was sie sein wollten von der Ethnienzugehörigkeit. Wahrscheinlich wollten die gar nichts hören. Doch, im Frieden. Ah ja, genau. Davon ist auszugehen und das haben sie nie bekommen. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch auf einige Theorien eingehen, die versuchen, die Sprache der Xiong nur zu rekonstruieren. Aber ein kleiner Disclaimer, diese Herleitungen sind alle umstritten und eigentlich nur Spekulationen. Aber trotzdem, ich möchte sie dann doch gerne mal vorstellen. Darf ich wieder mal raten? Gerne. Ich bin mir sicher, dass irgendwann ein nationalistischer Linguist aus der Türkei gekommen ist und sie zu Türken erklärt hat. Das mag sein, aber das habe ich nicht gelesen. Ach schade. Ich dachte mir, das kam so oft vor. Ja, ja. Dass es was sein muss. Nee, dann bitte. Also ist es definitiv im Bereich des Möglichen, da bin ich ganz bei dir. Aber ich habe mich jetzt nur auf die Wissenschaftlichsten beschränkt, die tatsächlich nicht ganz so spekulativ sind, sondern nur spekulativ sind. Okay, sehr gut. Mit was man sich schon zufrieden gibt. Ist es nicht irgendwie interessant, wie die Genauigkeit oder der Genauigkeitsanspruch an die Wissenschaft variieren kann, je nachdem über wen und wom und wann man spricht. Es ist beeindruckend. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, mongolischsprachig und, Achtung, turksprachig waren. Was aber jetzt aufgrund der Lage nicht besonders spektakulär ist, weil das sind die drei Sprachen, die wir eben dort haben. Also darauf wäre ich selber auch noch gekommen. Eine andere Theorie geht aber davon aus, dass die Xiongnu nur eine altsibirische Sprache gesprochen hätten. Vielleicht sogar eine jenisische Sprache. Diese Sprache ist auch so gut wie, oder die ist ausgestorben mittlerweile. Also diese jenisischen Sprachen sind sehr sibirische Sprachen, die nicht mehr existieren. Und da ist vor allen Dingen der Name Alexander Wowin zu erwähnen. Und dieser Wowin ist auch ein sehr guter Kenner der Sprachen und Ethnien Sibiriens und der Mongolei. Also der versucht dann über gewisse Namensbestandteile das zu rekonstruieren. Und eine letzte Möglichkeit wäre dann noch, dass es sich um eine tibeto-birmanische Sprache gehandelt hätte. Das sehe ich jetzt aber als eher unwahrscheinlich, auch die Forschung mittlerweile. Beto-birmanisch, also aus dem tibetischen Bergland. Genau. Wow, das ist ein Weg. Gut, aber andererseits hatten die schon auch tatsächlich Kontakte mit den Späten. Über die Wüste Gobi, also dieses tibeto-birmanisch geht in dieser Zeit relativ weit in den Norden. Das ist ja dieser China um begrenzende Gebirgsgürtel. Also das Himalaya unten, Hindukursch und oben dann das Altai-Gebirge. Das ist ja so ein liegendes U, sage ich jetzt mal, wenn man auf die Karte drauf schaut. Und dort drüber kann sich das tibeto-birmanische ausgebreitet haben. Okay, theoretisch möglich, ja. Okay, aber das ist ein spekulatives Astor. Ja, ja, das ist sehr spekulativ. Die Mongolen zum Beispiel waren ja auch in sehr starkem Austausch mit Tibet und haben ja… Genau, das hatte ich jetzt im Hinterkopf. Genau, dass die ja diplomatisch ziemlich nah waren und eigentlich sogar geglaubt haben, eine Oberherrschaft über Tibet zu haben, auch wenn das die Tibetaner nicht so gesehen haben. Die hatten, die hatten. Achso, ja, okay. Ja, ja, die haben das Amt des Dalai Lama erst eingeführt. Der Dalai Lama ist eine mongolische Gründung. Oh, wirklich? Ja, gut, dann war ich komplett daneben. Ja, gut, dann alles ist möglich anscheinend. Da gibt es ja auch diese, kennst du Crash Course auf YouTube? Nein, sagt mir gerade nichts. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache von John Green und Hank Green. Das sind zwei Alt-YouTuber, die seit 2006, glaube ich, so Content machen. Und die haben halt so einen Channel gegründet, der in erster Linie schon sogar, glaube ich, für Schulen auch gemacht ist, dass halt Leute, Lehrer, gerade in Gebieten, wo wenig gute Lehrbücher teilweise vorhanden sind, das auch verwenden können. Und da gibt es für alles Mögliche, von Linguistik bis Wirtschaft bis was auch immer, aber eben auch Geschichte. Und da gibt es so einen Running Gag, der aber historisch wirklich, wie ich finde, sehr viel Wahrheitsgehalt hat, wo er dann, egal über welches Thema auch spricht, und dann sagt er so, But that is all absolutely impossible, unless you are the Mongols. Und dann kommt so ein Meme von Mongolen, die irgendwo drüber reiten. Weil die sehr viel gemacht haben, was man eigentlich als unmöglich ansehen müsste, wie zum Beispiel eine Oberherrschaft über Tibet. Aber ja, das kann man, glaube ich, ausweiten auf andere dieser Steppenvölker auch. Aber mittlerweile ist eigentlich die verbreitetste Ansicht, dass die Xiongnu ähnlich wie im Politischen eine pluralistische Sprache hatten, also auch ein pluralistisches, ethnisches, politisches und linguistisches eine Föderation waren eben. Also ganz viele unterschiedliche Sprachen, dass es turksprachige gab, dass es mongolischsprachige gab, ein paar iranischsprachige gab und dass alles irgendwie zusammengehalten worden ist von einem mächtigen Clan in einer Föderation, aber dass es eben keine einheitliche Xiongnu-Sprache gab. Das ist mittlerweile. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also es war ja im Prinzip irrelevant. Man musste sich ja nicht untereinander in einem großen Ausmaß verstehen, weil ja auch jetzt in Kriegshandlungen die Teilnehmenden, nennen wir es jetzt mal Stämme, auch ein schwieriges Wort, aber dieser Föderation ja allein und selbstständig gekämpft haben. Das heißt, da gab es das Problem ja nicht, nehme ich jetzt mal an. Und wenn dann die jeweiligen Stammesfürsten sich dann getroffen haben, dann konnte man auch damals Dolmetscher organisieren. Also warum nicht? Und man darf nicht vergessen, Menschen waren damals deutlich häufiger mehrsprachig. Also heute ist es ja schon außergewöhnlich, wenn jemand zwei Sprachen spricht oder drei Fremdsprachen, also wenn man Englisch und Französisch gut spricht hier, dann ist man schon was Besonderes. Und damals, das vergisst man häufig, aber wenn man sich die Menschen anschaut, es wird halt vor allen Dingen auffällig im Spätmittelalter, wenn dann die ganzen Händler sich plötzlich rund um die Welt verständigen können. Also es gibt den Holländer, der nach Spanien reist, der nach England reist, der nach Deutschland reist und sich überall fast fließend unterhalten kann, ohne dass er in der Schule so etwas gelernt hat, sondern einfach über die Zeit die verschiedenen Sprachen aufsaugt. Und ich glaube, dass wir auch zu dieser Zeit, also Mongolische und Turk-Sprachen sind sehr nah beieinander. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mongolen oder Mongolischsprachige die Turk-Sprache verstanden haben und andersrum auch. Und dann das Iranische irgendwie gelernt haben und dass sie sich schon gut verstanden haben. Also dass das jetzt nicht so ein babylonisches Sprachdurcheinander war, dass sich keiner mehr verstanden hat. Möglich, ja. Tatsächlich. Ja, das an dieser Stelle sei darauf noch hingewiesen einfach, dass man sich das jetzt nicht vorstellen kann, dass keiner miteinander sprechen konnte. So, ich habe jetzt wahrscheinlich mehr Fragezeichen hinterlassen, als ich vorher vorgefunden habe. Ich habe jetzt noch den furchtbaren Wortwitz zum Schluss. Das war ein wilder Ritt. Jo! Ja. Sting! Muss das noch sein. Ja, absolut verständlich. Ja, ich finde das einfach mal als von der Grundidee erstmal sehr interessant, weil ich finde, das gehört öfter gemacht, ob man jetzt über die, ich habe sie immer noch nicht drauf, Xiongnu? Wahrscheinlich. Also X-I-O-N-G-N-U. Und ich habe mir sagen lassen von einer Chinesin, dass dieses X in den Umschriften auch mal häufiger in die Richtung hier geht. Und Xiongnu, Xiongnu. Sei es drum, sagen wir Xiongnu. Xiongnu, so. Aber das kann man auf ganz vieles erweitern, glaube ich, dass man eben einfach, und ich glaube, das ist auch etwas Wertvolles, was wir jetzt als Geschichtsvermittler Ihnen machen können, auf etwas zu schauen, was dem europäischen Publikum bekannt ist, wie jetzt die Hunden. Das kann man natürlich beliebig erweitern. Und dann aber mal zu schauen, okay, was sagen uns eigentlich chinesische Quellen dazu? Was sagen uns persische Quellen dazu? Was einfach mal den Blick in Richtung dieser viel weiterentwickelten Schriftlichkeit de facto im Osten mal zu werfen und zu schauen, wie man von dort gewisse Dinge gesehen hat. Ob man dann am Ende mehr weiß oder nicht, was jetzt in dem Fall vielleicht fragwürdig ist, ein bisschen mehr weiß man. Und zumindest hat man einen neuen Standpunkt mal kennengelernt. Ich mache da immer viel Werbung für dieses Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Peter Frank. Die neue Seidenstraße, oder ich glaube, auf Deutsch heißt es Licht aus dem Osten. Wir haben auf unserer Webseite den Reiter Bibliothek. Der ist bisher sehr leer. Dort ist einmal ein Quellenblatt, was ich hochgeladen hatte, und Frank-O-Bahn-Peter, Licht aus dem Osten, eine neue Geschichte der Welt. Das ist meine erste und einzige Rezension, die ich überhaupt gemacht habe. Also, ja, ich kenne dieses Buch. Oh, schön, ja. Sehr gut. Und ich bin halt, also gegen Ende wird es ein bisschen weniger. Aber sagen wir mal, bis zum europäischen Mittelalter ist es ein tolles Buch, sehr spannend, wo er für die, die es jetzt nicht kennen, halt einfach, ja, im Prinzip die europäische Geschichte, wie wir sie kennen, erzählt, aber halt von Osten aus gesehen. Ja, genau. Und das finde ich jetzt hier auch, da sehe ich mich so ein bisschen wieder. Und ich glaube, dass das an und für sich schon, egal wie viel der Erkenntnisgewinn am Papier dann ist, einfach vom, ja, vom Standpunktwechsel schon sehr viel Wert hat. Einfach mal zu sehen, hey, da gibt es auch was anderes. Von dem her, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, kann ich nur Danke sagen. Ich weiß wieder ein bisschen mehr über chinesische Geschichte, die generell nicht nur bei mir, sondern ich glaube, bei vielen Leuten, sogar geschichtsbegeisterten Leuten, eine Schwachstelle ist. Und weil, zumindest jetzt bei mir ist es so, das wird ja als so ein Riesenblock wahrgenommen, wo man das kaum überblicken kann. Weil man googelt chinesische Geschichte und dann wird man erst mal auf Wikipedia erschlagen mit 25 Dynastienamen, die über zweieinhalbtausend Jahre irgendwas gemacht haben und denkt sich nur so, hey, was ist hier jetzt los? Und umso schöner ist es, wenn man dann halt dieses Bekannte mit dem vielleicht weniger Bekannten versucht in Einklang zu bringen. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank. Aber noch zu deiner Ausführung mit den anderen Quellen mal zu benutzen, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für die Zukunft auch. Aber es ist halt auch gleichzeitig ein Problem. Weil wer von uns spricht denn Persisch? Wer spricht von uns Chinesisch? Wer spricht von uns Arabisch? Wer spricht? Ja, du bald alles. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Arabisch sprechen kann. Ja, klar, natürlich. Das ist das. Aber andererseits, es gibt genug WissenschaftlerInnen im Iran, in anderen Ländern. Man müsste halt auch quasi da zusammenarbeiten und sich gegenseitig auch zuhören und natürlich dann auch übersetzen. Das sind auch Wege. Ja, ich kann aber zumindest noch einen kleinen Teaser hier anbringen. Also einerseits wird bei uns bald eine Folge erscheinen zu den Kreuzzügen mit einem solchen Experten, der tatsächlich beide sprechen kann über die Kreuzzüge, also Latein und Arabisch. Und derjenige wird auch ein Buch oder schreibt gerade ein Buch über die Kreuzzüge mit arabischen Quellen, weil sehr viele Kreuzzugshistoriker tatsächlich kein Arabisch können und da sich halt ganz viele Quellen verbauen. Ja, das ist echt wertvoll. Also ich habe da im Hinterkopf, wir haben ja am Anfang gesprochen, in meiner letzten Folge habe ich über die Normanen geredet und habe da in der Vorbereitung auch eine gar nicht so alte, aber etwas ältere Folge vom Kollegen Philipp von anno. mir angehört. Der hatte Anfang des Jahres oder so mal eine Historikerin zu Gast, die über Sizilien eben geforscht hat im Hochmittelalter. Ja, Stauffer, ja. Die halt, ja, oder davor. Ach so, ja, okay. Sagen wir, vielleicht, je nachdem. Stauffer waren ja dann ab 1200 plus minus. Weiß ich nicht. Ja, also noch früher quasi, also eigentlich Frühmittelalter an der Grenze zum Hochmittelalter, so rum, um das Jahr 1000 rum. Übergang vom Emirat dann zu einer Mannenherrschaft, kann man sagen, genau. Also sagen wir plus minus 1000. Und die halt auch quasi nicht nur Latein konnte, nicht nur Arabisch konnte, sondern auch Griechisch. Weil sie sagten, das ist halt dann, da ist halt dann das richtig wertvolle Quellenverständnis plötzlich da, wo man dann halt alle versteht, die darüber berichtet haben damals. Nicht nur ein paar. Und gerade Sizilien ist ja so ein Gebiet gewesen, das extrem divers war. Wo halt einerseits natürlich das Emirat war, die Verwaltung sehr lange Arabisch. Arabisch. Andererseits waren da die allermeisten ursprünglichen Bewohner dort griechischsprachig, waren auch griechisch-orthodox dann nach der Spaltung für eine Zeit lang. Und dann natürlich eben die Lateinischsprecher und dann die Normanen, die halt dann wieder ihre Form von Französisch mitgebracht haben. Also da bin ich gespannt, was euer Gast da über die Kreuzzüge sagen wird. Weil das ist ja schon etwas, was traditionell und zwar seit Jahrhunderten sehr einseitig betrachtet wird in Europa, weil man halt nur die lateinischen Quellen liest. Genau. Man könnte sich mal anschauen, was die Byzantiner gesagt haben zum Beispiel. Auch das ist interessant. Die waren nicht die größten Fans. Nee, überhaupt nicht. Aber byzantinisch ist halt echt schwer. Selbst Leute, die ansatzweise griechisch können kein byzantinisch. Das ist das blöde Mittelding. Man kann Altgriechisch lernen. Das kannst du ja mal fragen. Bei dir kommt jetzt ja Günther von Anomundi. Günther, ja. Günther kommt ja mal bei euch vorbei. Der wird das sicher ein bisschen ausführen können. So wie ich es verstehe, ist ja so dieses byzantinische oder das Griechisch der Zeit des byzantinischen Reiches irgendwo ganz blöd in der Mitte zwischen dem Altgriechischen, das man teilweise noch lernt, dem Neugriechischen, das man seit dem 19. Jahrhundert irgendwie etabliert hat. Und das scheint schon eine Herausforderung zu sein. Ja klar, logisch. Da ist Latein vielleicht ein bisschen dankbarer, weil es einfach sehr lange schon eine tote Sprache ist. De facto. Boah. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Oh, jetzt der Shitstorm. Ich kriege gerade nur Flashbacks. Ich habe demnächst auf einer alten Karte von Mariano Sanuto einen Text gefunden, der über das Kaspische Meer berichtet. Also ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit über die Goldene Horde und auch über die Klimaveränderung dort. Und der hat an diese Karte geschrieben, dass der Meeresspiegel vom Kaspischen Meer jährlich um eine Hand steigt. Auf Latein aber. Und die Begründung, der hat Abkürzungen benutzt und was weiß ich. Oh, das war so schwierig. Oh Gott. Also dann halt noch mit Italien nicht gemischt, weil es war 14. Jahrhundert. Boah. Oh je. Ja, das ist dann dieses Vulgär-Latein dann auch noch. Also das ist, bei der bist du ja eh gut dabei. Also mein Latein ist ja wirklich zum Wegwerfen. Ja, also ich habe die Prüfung damals auch nur bestanden, weil ich zufällig den Text gekannt habe. Also naja. Aber ja, sehr strong. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Danke nochmal. Wie finden wir jetzt den Weg raus hier? Du Tür aufmachen und rausgehen. Es war mir eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Ein Volksfest, auch wenn keine Volksfeste stattfinden. Ja, und ich bin mir recht sicher, wir hören einander recht bald wieder. Genau. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Musik » Bis zum nächsten Mal.